Hallo, hallo! Herzlich willkommen zum Livestream und der Solo-Queue-Reihe. Wir starten heute mal mit guter Laune in den zweiten Versuch, auf Iris zu gewinnen. Oder auf Iris. Wir haben es ja letzte Woche schon versucht. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Deswegen greifen wir heute nochmal an. Ich glaube, mein Rang... Ach du Scheiße. Der ist in Gefahr. Wingman habe ich den Ball schon verloren. Ich bin kurz vor der Ratte in der Danger Zone. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Mates Karma, Skinny Pimp, Fuzz und Popleski etwas reißen kann. Ich check kurz noch die Gegner. Der sieht okay aus. Der auch. Der auch. Ja, 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 ja. Okay, gehackt wird hier heute nicht. Wir gucken mal, ob die Mates reden. Hallo! Ich weiß nicht, wer das war. Einen muss ich schon muten. Ich, ich, ich. Ich weiß nicht, wer das war. Door! Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe gerade nicht in den Chat geguckt. Es geht direkt los. Es geht direkt los. Das Game hat nicht mehr angefangen. Wir haben keinen Alarm-Decker. Der droppt die N-Bombe. Nice. Defuse, defuse. Nice, good job. Nice retake, boys. Yes, yes. But please. We are insane. Nice, but please don't say bad words. I'm streaming. Twitch don't like it. And me also. Your stream like it? I stream naked, yes. That's nice. Oh, yes, I like it. Dick swinging. It's like a little stump, you know? It's not swinging, really. It's too short for swinging. Yeah, it's a little stump. I fear you, brother. And on top of that, I'm fat. So, you don't really see anything. Holy fuck, Trillox, I'm a huge fan, man. Nice. Fuck. I thought you were a fake, you know? Shut the fuck up, karma. One is one, I think. Shit, it's middle. I'm simping so much. Are you from Finland? Yeah, of course. Nice, I can hear you. Can you shut the fuck up? Okay, sorry. Thank you. So, what's official? Perkele. Scheiße, ich konnte mal ein paar Batzen auf Finish. Perkele ist schwedisch, scheiße. Was haben denn hier die Dutzends immer früher gesagt? Die haben doch, nein, die haben safe Perkele gesagt. Safe call ist das Finish. Perkele. Oh, hier ist einer irgendwo. Und mit der alten Deagle sind das Kills. Du musst so am Monitor kleben, damit du mit der Deagle noch einen Kill machen kannst. Das ist so low, Alter. The Deagle turned to shit, man. Yeah, I know, it's bad. Jeder einzelne war auf den Kopf geaimt. 75 in vier Hits. So, ist jetzt der Push zu viel? Jetzt ist der Push zu viel. So, first time playing. Shit. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, I'm stuck here. What are you doing, Stepbro? Ja, das wird noch gut. I will get a kill now. Follow me, follow me, follow me. Follow me, you finished bastards. Let's go metal. And one more, one more, one more. One more. Ich switche, meine Waffe, weil mein Finger so fett ist. Scheiße, ich habe den ganzen Monitor voll gerotzt. Ich komme auf Mausrad hochscrollen. Nice. Ich fand immer früher geil. Finische Namen wie Yuka. Wie die die mal aussprechen. Die sagen nicht Yuka. J-U-K-K-A, sondern J-U-K-K-A. Das ist mal so eine Pause dazwischen. Ich frage mal, ob einer das weiß. Is one of you Juka? No. I'm Mika. Mika. Yes. I'm Mish. I'm from Sweden. Deutsch, wie? Where are you from? Zwei aus Schweden? Oh. I'm from Germany, my friend. I'm from Switzerland. Perkele! Fita. Perkele, Wittu. Satana. A lot of shit. Two guys long, one under. Oh, low. Hä? Wo war der da drauf? Man, wieder low. 90. 80. 80. Ich hätte schon 10 Kills haben können. 10 Kills haben können. Oh. Was ist er mit dem? Dead. Oh, come on, baby. There's a cave here. Let's go. Is it cold in Finland? Yes. Minus 3. Shit. No, no. Nice. I need help. No, you don't need help, man. Lock, 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 lock. Both long. Nee, er hat gar keinen getroffen, scheinbar. Ich finde, neben Holländern, die Englisch reden, ist Finnish der geilste Akzent, den er haben kann zum Englischen. Ich liebe das auch, wenn Kimi Raiköhn ein Interview gibt und so. Everyone from Finland sounds like Kimi Raiköhn. Yes. Richtig, ma'am. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Oh, be, oh, be, oh, god damn. What the fuck are you craving, man? No. Das wird so ein Match sein. Es spielt keiner eine feste Pose. Es wird einfach nur gedaddled. Aber eigentlich ist es geil. Ich werde hier heute keine 30 Kills machen, aber ich werde jede Runde meinen einen Kill im Schnitt machen, denke ich. Das ist okay. Nice. Pimpi, get on top of me. Wow. 2 Minuten, 2 Minuten. MAD! Ich denke, sie werden B. Ja, ein weiterer. A. Great aim, Pobleski. Nice. 3 Lux. Ja? Ich dachte, du bist besser als das. Oh, sorry. I was being honest. Are there any good Finnish players, apart from Alu? Äh, Pobleski. Give me record. Oh, Alu is fucking bot. Yes. Are those Red Bulls for commerce? Der hört sich halt echt als ein. Alex CP. Der hat auch Low. Der wird auch wieder Low haben. Der gibt mir jetzt die Geschäfte. Der wird mir jetzt so eine Bombe geben. Das war nicht der. Ist halb still. Ist halb still. Hold low now. We're there now. Kobe. Oh, what the fuck? Come on, 3 Lux. Take the dick in your hand and go. Yes, I'm going to get Pimpy. I'm going to get some good Pimpy now. Don't be Pimpy. Don't be Pimpy. Nice. Wooo. Let's go. You're going to get Pimpy tonight. Yes. Lots of Pimpy. I don't want that skinny Pimpy. I want that thick Pimpy. Yeah. Nobody likes skinny Pimpy. That's true. It has to be a little bit fappy. Yeah. For my fat dick. Oh, das ist so. Kann der von hier auch Pimpy? Nein, nein, nein. Dieses Timing. Oh, no. Ich will die Duddeln aber auch rein. Die Gegner, ey. Ich glaube, das ist ein Win. Ich lege mich jetzt fest. Das ist ein Win. Oh. Ja, 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 ja. Nicht zu viel, nicht zu viel. Chill, 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 chill. Er ist schon links durch. Nein, Pimpy. Pimpy, weg. Oh mein Gott. Was? Der hat 8 HP. Wie trifft der nicht? Oh. Oh, fuck's sake. Nice try, nice try. No Pimpy for you tonight. Let's A. Let's go, let's go. Und er smocked er along. Yeah, yeah, along. One close. One close left. Left, left. Yep. Oh my fuck. No HP. Oh, fuß. Maybe A side, I don't know. Er hat moved. Der fast, 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 du musst. Hat der gesteppt oder warum guckt der Leiden da so? B, 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 B. Nice. Oh, that's the shit position, Pimpy. Wow. You took it up the ass there, man. Nice. Weiß gar nicht, ob es auf der Map schon irgendwelche wilden Tricks gibt. Hier so Boost-Spots oder sowas. Wobei, ich glaube, in 2022. Und die sind die keine Maps mehr, wo du irgendwie hier auf die Kamera boosten kannst oder so. Wahrscheinlich kann man nicht mal auf die Kiste drauf auf dem Spot. Despawn, despawn. Oh, guys. Ah, low HP for fuck's sake. Nice. Good comeback. Pimpy, where is your MVP, man? Uh, what are we doing? Rush B. Uh, left side. Also. Uh-oh. Window. Oh, Hilfe. Oh, Gott. Oh, Gott. Kau. Oh, Gott. Versichter. Das ist so eine Scheiß-Position, um auf den Spot zu kommen. Du kannst nichts machen. Wenn der Heaven drinsteht, der sieht immer deine Füße, bevor du überhaupt was von ihm siehst. Du kannst alleine nichts dagegen machen von da. What the fuck? Drago-Law. Give me that. Yes. No, no, no. My grandpa gave it to me. I had one Drago-Law, but I sold it. Do you know how much it was back then? I bought mine for 1k. I bought, uh, I sold it 1.2k. No, no. It's so hard to play this, man. Oh, ja, Lenny S., ja, wir haben früher die alten Matchmaking-Abenteuer gesehen. Da habe ich noch 4 zu 3 Stretch gespielt. Da ging alles rein mit AWP. Aber ich habe keine Customless Lush drin. Ich kann jetzt auch nicht mal eben auf 4 zu 3 Stretch umstellen. Middle, middle, middle. Oh, die lasst uns so alleine. Etc. Bibi. Unside, unside, my friend. Nice. Let's go. Wenn wir das jetzt kassieren, spielt das nächste Solo-Q auch 4 zu 3 dann. Zumindest mit der AWP. Mit normalen Waffen geht das ja. Aber mit AWP-Safe-Call bin ich instant besser. Auch wenn ich jetzt seit zwei Jahren keinen 4 zu 3 mehr gezockt habe. Oh, HP again. Eine nicht, eine. Nice. Amrath Popleski. Der jetzt Sinti reinkommt. Good job. Can you tell me what, ähm, what is it called? Lucky Boop Beers or something? What? Wait, let me check, let me check. Lucky Boopies. It's called, äh, Lucky Boopie. Lucky Boopie. Lucky Boopie. It's delicious, my friend. Lucky Boopie. Lucky Boopie. I love Lucky Boopie. Lucky Boopie. Lucky Boopie. Das sind so, ich glaube, das sind Lakritz-Pfeife. Also so Pfeifen, die man früher geraucht hat. Oh my God. Äh, gibt's das aus Lakritz, glaub ich. What's inside, Lakkupie? Äh, Lakku. Äh. Lakritz. Lakritz is shit. No, man, what the fuck. No, it really is shit. I hate it. Lakkupie. Da hab ich mal so'n Typ von, so'n Video von so'n Typen gesehen, der sich das reingezogen hat und hat geheult, weil das so lecker war. Lakkupie, putain! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! You like Turkin Bippuri? What's that? Turkish pepper. Turkish pepper. No, it's also shit. What the fuck, man? Finnish people don't know anything about food. It's all nasty as fuck, man. You haven't eaten the good shit. Lakkupie is shit. Tell me one good Finnish food. Makaroneladikko. What is it, fish? Hell no. It's made of... I don't fucking know, man. What? He can boost it! So fucking... For fuck's sake. Do you know Makaroni? Makaroni, yeah. Yeah, it's a Makaroni and a... Like... Minced meat. Minced meat? With peppermint? No, no, fuck no. Fuck peppermint. But you don't put toothpaste on your meat, right? No, fuck no. But why do you eat it then? We don't eat it... We don't eat it with steak. Three guys, with three guys middle. You just said you put peppermint on steak. What the fucking peppermint? Fuck no. Fuck no, we don't do that. We don't do that. We don't do that. Fucking mint on. One more meat. One more meat. One more meat. One more meat. Oh shit. Dead as fuck. Middle. Clutch arrow kick. Oh yeah. Okay. Are Makarons the things that look like little burgers? No, fuck no. It's like pasta, you know. Ah, Makaroni. Yeah, 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 yeah. Makaroni and cheese, okay. Two Makaroni. Yeah, and with the... But with toothpaste? Yeah, with CP. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Yeah, behind. Behind, behind. Fuck. Did you ever eat a... Süßströming? From Sweden? No, fuck no. That's the Swedish. Yeah. That's the Swedish stuff. We don't... That's that. I am coming. Holding meat, block! Behind you, behind you. Behind you. Ooh, fuck. I think at least two on me. I am gonna rush B. Landing. sabe sound effected. Leftive. Leftive. Rightive. Leftive. 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 Mead is. In Germany we call it Hack. Hack. Hackfleisch. Same thing. Oh, that's tasty though. Then they put brown sauce or something like that with it. Ah. What was all that? Toothpaste shit? You put it on after? Oh my god. We don't put it anywhere. But yes, we have that. I don't know. Let's go. Do you guys want to play more? No. GG boys. Good game. That was fun. We have two of them with a 30, but with this. Let's go, what the ranks say. We have bad gedrückt. We have Iris abgehakt. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen dann nur noch Climb reingehen. Und ich habe ein wenig Angst, weil ich glaube, Climb könnte eine absolute Vollkatastrophe werden. Das könnte richtig beschissen werden. Das sehen wir dann aber am nächsten Mal. Ich danke euch für's Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, bestellt euch ein bisschen Lakupipu. Ist wirklich lecker, wenn man das mag. Ich nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Episode auf Climb. Later! Schweine-Ein. Schweine-Ein. Failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Teen Schweine-Ein. 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 Undeeeeeein.